Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Wir sind hier im Haus auf dem Berg. Auf dem Berg. Auf dem Berg. Und... Oh, ich hab immer noch Angst, dass ich hier runterfalle. Mann. Ähm... Was wollten wir machen? Ähm... Ich hab's, glaub ich, vergessen. Genau, oben die Decke, da fehlte doch irgendwie noch Holz, oder? Ne, genau, das hat nur fertig gemacht. Oh, ich hab schon seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt. Mh... Gut. Dumm-di-dum-di-dum. Dumm-dum-dum-di-dum. Ähm... Nein, halt, falsche Tür. Äh, schon wieder mit ein bisschen Bullshit anfangen. Das ist immer gut. Dumm-di-dum-di-dum. So. Oh. Ähm... Ja. Mh... Wir spielen auch immer noch mit dem Swagspack. So, und wir packen jetzt erstmal das hier da weg. Halt mal, so. So und so. Zack. Und ich glaube... Genau. Hatte mal wieder was vergessen. Mh... Ach so, halt. Das Glas brauche ich auch nicht mehr. Wir sind soweit fertig mit dem Haus. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Holz fällen gehen. Und Diamanten suchen. Das kommt allerdings irgendwann noch. Beziehungsweise auch jetzt schon. Nur dafür brauche ich auch wieder Holz. Und das habe ich natürlich wieder nicht. Im Moment. Denn, äh... Neun Fackeln reichen da nicht so unbedingt. Ich werde jetzt hier... Weil das Holz muss ich hier eh irgendwann fällen. So... Und so. So. Ein paar Sticks machen. Und dann werden wir mal eine Höhle suchen. In der wir dann... Etwas finden werden. Will ich hoffen. Genug haben wir so dabei. Und es wird jetzt auch schon wieder Nacht. Da ist noch ein Schwein. Was zu essen haben wir auch dabei. So. Und um zur Not vor irgendwelchen Monstern davon zu laufen. Und jetzt müssen wir erstmal wieder eine Höhle suchen. So. Das gestaltet sich natürlich wieder schwieriger als ursprünglich gedacht. Somit... Irren wir erstmal ein bisschen durch die Gegend. Und machen das Ganze einfach mal... Ein ganz klein bisschen anders. Das ist doch eine Schaufel, oder? Oh, das ist eine Feldhacke. Das erklärt, warum die so komisch gehalten wird. Ähm... Ich baue jetzt einfach mal hier runter. Und dann... Gucke ich mal... Ob wir hier unten irgendwo Kohle finden. Damit wir... ...uns hier noch ein bisschen... ...erreuchten können. Damit uns hier ein Licht aufgeht. Oh man, diese Witze sind schon wieder so schlecht. Ja, wir bauen uns jetzt einfach mal wieder hier runter. Und ich muss auch mal wieder ein bisschen näher ans Mikrofon. Die üblichen Fehler, wie sonst eben auch. Und jetzt sind wir, glaube ich, weit genug unten, um... ...erst mal ein bisschen Kohle zu finden. Denn die Musik... ...kündigt an... ...dass hier in der Nähe... ...eine Höhle liegt. Gefunden. So. Jetzt muss ich allerdings mal aufpassen. Denn sonst werden wir gleich wieder von... ...ein paar Creepern überrascht. Und das wäre höchst uncool. ...also höchst, höchst uncool. So und so. Und hier oben war doch auch noch etwas... ...was auch immer das ist. ...sieht aus wie Eisen. Ja, es ist Eisen. Dann haben wir wenigstens schon mal jede Menge Eisen. Das ist auch schon mal nicht so schlecht. Und da sehen wir auch gleich ein Skelett. Und jetzt warten wir einfach mal hier, bis das Skelett rankommt. So, Skelett tot. Ah, hier ist der Eingang gewesen. Okay. Okay, hier teilt sich die Höhle. Und ich höre Zombies. Aber die Kohle nehme ich mal mit. Kann man immer mal gebrauchen. Denn ich weiß auch schon genau, was ich als nächstes bauen werde. Und zwar ein Herrenhaus, sozusagen. Und zwar aus Sandstein. Und dafür müssen wir dann erstmal wahrscheinlich ins Meer, um die Landschaft nicht zu doll zu verschandeln. Da unten ist eine Schlucht. Das ist schön. So, hier ist noch ein bisschen Eisen. Das bisschen Kohle hier nehme ich auch noch mit. Denn wir haben genug Kohle für die nächsten drei Jahre. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann buddeln wir uns mal in die Schlucht hinunter. Und da sehe ich einen Creeper. Und das gefällt mir gar nicht. Okay. So, wir sind auf der ersten Anhöhe. Und ich glaube, wir buddeln uns noch ein Stück weiter runter. Denn das ganze gute Zeugs kommt erst weiter unten. Au. Verdammt. Das war sehr, sehr unelegant. Denn ich hab nicht aufgepasst und nicht drauf geachtet, wie tief das Wasser da unten ist. Und bin auch dann einmal richtig schön aus Versehen runtergefallen. So, jetzt erwischen uns auch noch gleich die Spinnen da. Das ist noch viel schöner. Ah, ich will in die Tür. Und hierzu. Miep. So. Vielleicht mal die wieder bewaffnen. Mit einem Eisenschwert. und eine Spitzhacke, glaube ich. Das wäre am sinnvollsten. Ein paar Bretter mitnehmen. Denn ich brauch noch ein paar Sticks. So. Eisenschwert. Und Eisenspitzhacke. mehr nehme ich erst mal nicht mit. Denn sonst endet das da womöglich noch viel mehr tödlich als vorher schon. so. Diese Spinnen kamen nämlich von oben. Oh, nicht mal ein paar Rare Drops oder so. 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 Dann lege ich mich hier auch gleich mal mit dem Ender-Man. no. Oh, nicht mal ne Ender-Perle. Das ist ja langweilig. So, es ist noch nicht Tag, das heißt, die Spinnen greifen noch an. Das ist jetzt nicht Tag. Oh, eine Steinschaufel. Wow, super Rare Drop, also absolut obermega klasse. So, jetzt gleich mal hier weiter, fällt auch überhaupt nicht auf, das Haus, oder? Also das ist perfekt in die Landschaft integriert, das ist so gut wie unsichtbar. Okay, das muss jetzt leider mal sein, damit wir wieder Gesundheit regenerieren und uns bis da unten hindurch prügeln können, wo unsere Dings ist. Äh, ja, unsere Dingsbums, unsere Bumsdings. Ähm, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Unsere Höhle ist, unser, was auch immer, wie man das nennt. Keine Ahnung. Mini-Mine. Oh, ein Ei. Kann man immer mal gebrauchen. Hoppla, das war ein kleiner Lack, wo auch immer der gerade herkam. Könnte daran liegen, dass ich gerade noch The Witcher downloade. Und, wahrscheinlich wird es davon auch noch ein Let's Play geben. Wahrscheinlich vielleicht. Wahrscheinlich vielleicht, ja. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich davon noch ein Let's Play machen kann. Vielleicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm. Was geht denn hier ab? Okay, ne Höhle. Das finde ich jetzt aber gar nicht weiter vertiefen. Oh, ich hab ne Schaufel da. Ne, ja, okay. Ähm. Ja, ich will den Gang in die Höhle nicht weiter vertiefen. Ähm. Wieder ein unbeabsichtlicher, schlechter Witz. Wo war jetzt der Eingang? Ach, das war er nicht. Ähm. Jo, ich glaub, ich hab mich mal wieder vollkommen verrannt. Wo hat mich denn hier links gehalten? Wo hat mich denn hier links gehalten? Vielen Dank.